Ich will wieder treffen Von hinten Hey, ihr Hüllenmenschen da draußen Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Force mit dem Apex Hallo Jo, Leute 애, warte mal Ich glaub du bist bei mir ein bisschen zu leicht Red nochmal okay jetzt bist du wieder ein bisschen lauter okay also ich hole mir jetzt wieder die ganzen blöcke hier ja okay dann egal dann macht du dann baue du dich in die mitte aber du musst dich schnell in die mitte bauen und dann baue du dich einfach so weit bis du keine blöcke mehr hast und dann komme ich einfach gleich nach und baue weiter so und zwar wollen wir die runde ein bisschen raschen also ein bisschen schnell durch nene nie so bauen weggehen andi ich baue gleich weiter weil ich baue schneller von der seite baut man viel viel schneller das habe ich früher auch immer bis sogar das runtergefallen nein lol das sah irgendwie bei mir voll so aus okay gut so wir sind gleich in der mitte aber ich glaube es sind sowieso schon leute vor uns in der mitte aber das ist mir ein moment einer ist gleich da soll ich kommen bin da 3 7 ich habe genügend ich habe 10 ich habe 10 ich werde sterben ich werde stehen jedoch nicht okay ich bin da kommt da gleich jemand hinter uns warte 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 ja du hast bei mir im team speak jetzt auch gerade ein bisschen gelaggt aber ist nicht so schlimm so dann hol ich so viel in der mitte ist nicht mehr normal irgendwas ist gerade mit deinem internet mit deinem internet ja ich bin tot tot gelegt ja mit deinem internet ist nämlich gerade irgendwas schief aber hier ich habe einen bogen für dich und die spitzhacke habe ich auch für dich aber du leckst echt ein bisschen bei mir auch also im team ja ich leck selber bei mir leckst auch so gut dann gehen wir einfach mal weiter der typ da hinten diese blaue missgeburt dann werden jetzt erstmal der weg ist er tot habe ich den internet das eisen das eisen das ist bei den ballons du typ ja da ist er da und da ist er da und so ich habe leider jetzt kein schwert das ist kacke kannst du vielleicht schnell in die mitte gehen und mir irgendwie noch backstick oder sowas holen ich habe natürlich jetzt nur hier achten hinten da kommt eine moment vielleicht habe ich ihn so meintest du rot ok rot fliegt ok perfekt so vier sechs sieben acht sind welches team sind wir grün ne wir sind grün oder ja hui ok dann gehe ich jetzt schnell wieder zu uns nach hause ich habe jetzt wieder acht gold dann hole ich mir nämlich gleich ein eisenschwert dann haben wir noch drei gold die sparen wir dann gleich für dich hier in der kiste ok so sagt aber ein gott und das wird sich nichts bringen ja naja du kannst dir halt jetzt einen bogen holen ja ich habe schon ach so bist du in der zeit nicht mehr gestorben also ich brauche noch ein und da kann ich mir aber ich glaube ja okay ja ich habe jetzt wieder ein gold ich habe ich habe genügend sorry leute dass er so ein bisschen legt aber das war freundlich so deswegen ist ja einfach jetzt auch scheißegal vielleicht geht es doch wieder ich gehe zu gelb ich gehe zu gelb weil wir gelb sind zwar zwei spieler aber irgendwie kommt es mir so vor als wären die beide ein bisschen brain afkar ein blauer ist beim eisen so bin da aber ich glaube der hat keinen bogen so gut da kommt ein roter scheiße ok der eine ist afkar läuft mit dem ja in der mitte ist auch ein gelber aufpassen ich gehe jetzt nämlich auch wieder in die mitte und das bett von team gelb habe ich abgebaut das problem ist jetzt nur so team gelb ist weg pass auf hinter dir hinter die anliegt hinter dir ok nein er geht jetzt und noch tun er geht jetzt zu uns und schießt auf den ja habe ich habe ihn okay da ist auch noch ein team da perfekt perfekt gut gemacht gut geschossen so ich würde sagen ich gehe jetzt bin zeit einfach mal zu team rot als ich mir ziehe für mich so ein bisschen opfer mäßig aus ich schaue mal ob ich bei team rot hilfe benötige und wenn nicht dann kannst du zu team blau gehen ja aber die haben beide keine aussichtung auch team blau hat aussichtung ui 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 der kommt mir ganz schön nahe nein oh mein gott das war knapp fast untergefallen eine rettungsplattform habe ich nicht hat er kein knockback der typ also einer leckt hier ziemlich posten over 9000 hier baut sich ein lauer zum eisen da baue ich mich jetzt auch hoch die geheimgang oder so das sind erst mal beide spieler weg du des hier hinten auch noch sterben wie hat gibt es irgendwie einen geheimgang oder so hier gibt es einfach einen geheimgang läuft auf jeden fall so team rot haben wir ausgelöscht wir haben ja wir haben nur noch die blau aber das noch eine ausgerüstet ich hole mir jetzt noch ganz kurz irgendwie kommt ich habe meinen besseren bogen so okay ich komme jetzt auch keine angst an die aufpassen hast du ihn hast du hast du ihn getötet an die ja aber der andere kommen schon einmal noch treffen dann müsste er tot sein ich komme ich komme ich komme es sind die bei uns oder bist du bei denen wir sind ja ich sehe ich sehe dich ich sehe dich okay ich komme jetzt auch ich habe nämlich den bogen leute heute fast runtergekickt so warte ich gehe vor ich weiß nicht die so die will wollen selbstmordkommando machen okay weißt du wann ich baue das bett ab und du tötest die in der zwischenzeit die ganze zeit okay ich bin da ja so und hoch der an bett ist weg es leckt irgendwie obwohl ich das bett abgebaut habe ist kein es kam kein geräusch ich habe doch das bett abgebaut gg war ja eigentlich sehr erfolgreich der war noch netter der hat auch geschrieben gg und ja ich würde einfach mal sagen ja okay er hat auch gg geschrieben war natürlich genervt natürlich wäre auch genervt wenn ich verlieren würde aber gut wir haben eigentlich vor allem wir haben alle besiegt also es hat zum beispiel nicht ein team roten team gelb besiegt sondern wir von team grün haben alle anderen teams vernichtet das war doch eine sehr sehr schöne runde ich würde einfach mal sagen leute wenn es euch gefallen hat dann lasst doch einfach mal einen daumen nach oben da schaut auch auf jeden fall bei apix vorbei der macht auch finde ich sehr sehr gute videos lasse von mir liebe küße da und ich würde sagen leute macht's gut haut rein bis zum nächsten mal